Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cities Skylines Snowfall DLC. Und wir haben immer noch ein Verkaufswarenproblem. Ich weiß nicht, ob wir damit Abhilfe schaffen, wenn wir einfach die Anzahl der Frachtkäne hier ein bisschen erhöhen. Das Problem ist bloß, ich glaube, um den zu erhöhen, sollten wir vielleicht den woanders hinsetzen, dass hier nicht überall quasi auf einer Straße alles rauskommt. So, machen wir das mal so, schließen wir das mal so an. Auch hier werden wir, ähm, was können wir denn hier machen? Genau, machen wir hier mal ein paar Büroflächen her. So, schönes Ding. Röhrchen nicht ganz verlegt. So. Genau, Büroflächen. Kann man, kann man immer, immer mal wieder ein paar haben. So, jetzt nächstes Projekt. Wir haben jetzt hier natürlich so einen, so einen kleinen Bereich. Jetzt machen wir folgendes und zwar, hier geht jetzt ein kleines Stresschen rauf. Und zwar in die luftigen Höhen der Mittelgebirge. Jetzt schauen wir mal, ob wir das so hinbekommen, wie ich es mir denke. So, genau. Und das Gebiet hier oben, das ist Wohnraum. Und zwar in dem Fall jetzt nur leicht besiedelter Wohnraum. Nicht dicht, nur leicht. Hier wohnt auch wieder mehr so, so die, ja, ich möchte fast sagen die Eliten, ja. Wie, wie, ähm, wenn man sich hier so heimisch fühlen. Weil das ist so, ähm, hier ist so quasi das, ähm, wie soll ich sagen? Das ist so das, das, das Ferien-Domizil für sehr wohlhabende Bürger unserer Stadt. Und diese haben natürlich hier keine Möglichkeit momentan, irgendwie da wegzukommen oder da hinzukommen. Das sollten wir in dem Fall lösen, indem wir hier wirklich hergehen und sagen, okay. Ihr kriegt hier eine Buslinie. Die euch irgendwie an dieses Hauptnetz hier irgendwie anschließt. Jetzt gucken wir mal. Hier ist natürlich noch kein Bahnhof und kein gar nichts. Aber hier schon mal ein bisschen was mitnehmen, das kann man ja. Und dann können die hier so einmal rumfahren. Die zweite Linie könnte ich mir hier auch tatsächlich noch vorstellen. Und zwar, die fahren jetzt hier noch lang, nehmen das natürlich alles noch mit. Und fahren aber hier dann in der Verlängerung weiter. Genau, nehmen das hier nochmal in der Verlängerung mit. Auch, ähm, wir müssen dann tatsächlich auch nochmal gucken, dass wir vielleicht oben am Flughafen noch mit Bussen ein bisschen besser arbeiten können. So. Weil hier ist ja auch noch im Prinzip die ganzen, die ganzen wichtigen Teile sind ja noch gar nicht angeschlossen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir das von hier hinten startet der Bus. Obwohl, nee, lassen wir mal. Der Bus startet von hier im Prinzip. Weil da kann man mich schön wenden. Dann geht der Bus hier durch. Kommt der hier nicht lang? Achso, nee, der kommt ja gar nicht lang. Okay, dann fährt er hier lang. Warum ist das nicht angeschlossen? So, hier fährt er noch vorbei. Und dann biegt er aber hier schon, schon ab. Und nimmt sich das Teil hier noch mit. Geht am Bahnhof nochmal vorbei. Kommt hier vorne vorbei. Und macht hier dann den Schleifenbär. Muss mit Linien verbunden sein. Ist er doch. Nee, das ist eine Fehl... Ich glaube, das ist eine falsche Anzeige im Prinzip, einfach. So, jetzt haben wir nämlich hier auch nochmal ein bisschen Bus erhöht. Okay, hier geht die Party, glaube ich, oder? 5 a.m., klar. Schau mal, wo latscht ihr hin? Die laufen nämlich im Pult hier weiter. So, hier geht's rüber. Und dann geht's hier in die Passage. Okay. Ich verfolge die gerade mal ein bisschen, wo die lang wollen. Weil das ist nämlich schon spannend. Weil da kannst du nämlich auch viel lernen wieder. Ach, die wollen alle zum Bus. Die kommen... Äh, zu... Ah, die wollen alle zum Bahnhof. Jetzt zeig mal. Hier geht ja nichts vorbei, ne? Ah, ei, ei, ei. Okay. Die müssen wir natürlich mitnehmen. So, nehmen wir das mal so mit. Und starten da mal eine Buslinie raus. Weil ich glaube, das könnte richtig gut kommen. Wenn wir hier die Buslinie einfach nur nutzen. Und hier kommen tatsächlich auch schon die ersten an. Also ich glaube, das könnte sich lohnen, wenn da mal wirklich mal ein größerer Pott kommt. Ob die sie jetzt natürlich schon gecheckt haben, das weiß ich noch nicht. Aber die könnten natürlich auch hierher laufen. Gucken wir mal. Ein paar sind schon vorbeigelaufen. Vielleicht haben die es auch einfach noch nicht gecheckt. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen warten. Aber hier steht auf jeden Fall schon der ein oder andere. Jetzt hat das Depot mal wieder gemeldet, dass es keine Verbindung hat. Ach, warte mal. Das ist das Problem. Genau. Das ist nicht... Das ist schon angeschlossen. Aber das kommt hier nicht weg. Das ist schon angeschlossen, kommt aber hier nicht weg. Das ist natürlich ein Grundsatzproblem. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen folgendes. Wir verbinden die Straßen trotzdem. Ich möchte was testen. Ich möchte was testen. Ich meine, die werden die Straße mit Sicherheit volle Kanne nutzen. Und jetzt geht ja wahrscheinlich die Panik. Oder? Komm. Zeig mal her. Was passiert hier an dieser Ecke? Jetzt kommt auf einmal erstmal ein Busschwall. Ja, wir müssen die Brücke höher bauen. Ich sehe das schon. Weil das ist natürlich jetzt alles ein trauriges Spiel. Aber das kann natürlich nicht mehr allzu lange dauern, bis das hier volle Kanne genutzt wird. Weil jetzt kommen die nämlich alle hier, wie sie sind, kommen hier endlich mal aus diesem Eck raus. Und staunen sich natürlich jetzt auch megamäßig hier über diese Straße, ja. Jetzt hat natürlich diese kleine Straße echt ein Problem, weil dafür ist sie nämlich eigentlich gar nicht ausgelegt, so viel Verkehr zu halten. Aber... Gespannt oder eigentlich noch spannender finde ich, wie es hier abgeht. Weil jetzt kommt, da sollte ja auch der ganze Verkehr von hier versuchen, die Waren hier rüber zu bekommen. Weil da kommt ja jetzt quasi ein riesengroßer neuer Anteil an Dingen dazu, die man so ja noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Okay, pass auf. Dann Plan 2. Steuererleichterungen für Gewerbetreibende und für alle anderen auch. Wir gehen jetzt mit den Steuern mal ein bisschen runter, um einfach noch ein bisschen mehr Action zu bekommen. Guck mal gerade, wie schaut es hier aus? Gut. Gut. Sehr gut, alles klar. Okay, die notwendigen Geschichten sind da. Weil wir haben Auszug momentan, das ist nicht in Ordnung. Jetzt gehen wir ins Minus. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass unseren Leuten hier ein bisschen besser geht. Pass auf. So, noch ein paar Plazas. So, und schon geht es denen natürlich ganz supi. Die haben natürlich jetzt keinen Strom, das freut sie natürlich weniger. So, ihr bekommt hier oben eine Skihütte. Machen wir mal ein paar Skihütten her, ha? Das müsste auch die Stimmung volle Kanne heben. Gibt es hier noch ein paar Skihütten mitten rein. Weil hier soll ja auch richtig Action sein. Das ist ja auch wichtig. Mehrere Probleme. Was habt ihr? Regale leeren sich. Von wenigen Kunden besucht. Ja, das ist schwierig. Das müssen wir auch lösen. Okay, hier drüben ist schon wieder eine Sterbewelle am Start. Stopp. Warum sterben wir hier so viele gerade? Bestattungswesen kommt hier überhaupt nicht mehr zurecht. Kapazität ist zwar da, aber die kommt überhaupt nicht mehr zurecht. Pass auf. Da können wir es ein bisschen auffangen. Hier oben ist nämlich auch nichts los. Pass auf. Dann machen wir am Anfang und am Ende jeweils eins. Und hier brauchen wir durchaus auch ein Krematorium. So. Gut. Medizinische Versorgung im Generellen. Schaut hier auch ziemlich mager aus. Brandschutz. War auch hier oben zumindest schon mal besser gewesen. Einer links, einer rechts. Dann sollte das eigentlich halbwegs passabel werden. Dann... Police. Golde Police. Asa. Fertig. Problem auch gelöst. Jetzt kann man mal weiterarbeiten. Gucken wir mal, was passiert. Jetzt freuen sie sich wahrscheinlich alle wie die Schnitzelkönige. So. Hier brennt was. Ich weiß nicht, wie lang es schon brennt, aber es sollte eigentlich relativ zügig hier eine Feuerwehr rankommen. Aber das Kogeln wahrscheinlich hier runter, bis immer jemand kommt. Ja, die Feuerwehr... Nee, das ist die Polizei. Weiß nicht, ob die das in den Griff bekommen. Das lodert nämlich schon ganz schön heftig. Schauen wir mal. Ich glaube, die Bude brennt ab. Also ich... Ich bin beim besten Willen, aber ich glaube, die Bude brennt ab. Nein, ne, ist er. Du schaffst es, Kumpel. Der löscht aber die falsche Richtung. Nein, nein. Bei dem Personal... Heieiei. Die falsche Richtung gelöscht. Aber er hat es versucht. Ich bin dankbar. Und schockiert gleichermaßen. So. Hier haben wir natürlich auch nochmal einen Riesenbereich. Der ist noch gar nicht erschlossen worden. Den sollte man natürlich aber auch irgendwie noch anbinden. Also zum Zweiten auch anbinden. Und zwar... Hier ran. Kommen die da jetzt anständig durch? Naja, sie versuchen es zumindest. So, aber dann schließen wir nämlich... Haben wir nämlich hier auch nochmal eine größere Brücke. Die Küste nochmal an einem zweiten Eck anbindet. Jetzt könnte man natürlich überlegen. Aber das ist natürlich... Das ist natürlich auch eine Idee. Dass wir jetzt hierher... Ähm... Ne Abzweigung bauen. Einfach um nochmal da ein bisschen was zu entlasten. Weil da ist nämlich schon ganz schön viel Action. Aber jetzt müssen wir trotzdem die Steuern wieder anpassen. Was mir jetzt gerade im Prinzip eigentlich überhaupt nicht gut gefällt. Das ist zwar hier eigentlich im Prinzip eine Ampel, aber... Ne... Was soll's. Oh, alter Schwede. Hier ist Stau. Gigantischer Schiffsstau. Genau, weil jetzt wird nämlich hier ein bisschen diese Ausfahrt entlastet. Da ist jetzt gehen wir ganz so viel los. Was für uns auch wieder wichtig ist. Und jetzt müssen wir nur noch uns überlegen, wie wir das hinbekommen. Und zwar, ich würde fast vorschlagen, dass wir hier jetzt schauen, ob wir hier nach unten kommen. So. Dann können die nämlich hier nochmal sich ein bisschen austauschen. Für all diejenigen, die eigentlich ja ganz wahnsinnig sind wollen. Ach, alter Schwede. Voll der Sünden-Fool. Gucken wir mal. Also, nächste Folge. Schauen wir weiter. Wie gesagt, wir haben noch massig Probleme zu lösen. Hier hinten ist ein bisschen eine Sterbewelle ausgebrochen. Die Zombies überrennen in die Stadt. Vermutlich. Wir werden sehen. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zeit. Tschau.